This is not funny. This is by far not funny. So, ich waste mal hier ein bisschen Licht wahr, weil... Was soll der... Geiz? Eins möchte ich jetzt aber mal kurz anmerken. Wieso ist hier schon wieder so ein Typ mit schon wieder so einem Ding aus der Brust? Ich dachte, mir gibt es nur einen Alien und wir hatten definitiv in dem Spiel vorab schon mal so einen Typen gefunden, wo schon mal so ein Vieh rausgehüpft ist. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, haben sie den eventuell möglicherweise... Ach du Scheiße. Ähm. Haben die eventuell schon irgendwelche Viecher gekillt oder sowas? Das kann natürlich sein. Da hinten muss ich, denke ich mal, runden durch. Oder? Hier kommt es Vieh raus. Hallo? Das Vieh da um. Vieh, Vieh. Ähm. Wo ist denn hin? Rätselhaft, rätselhaft. Zu den Laboren. Ach, da ist eine Tür. Ich trottel. Okay. Ich schlage mal vor, wir gehen mal durch die Tür. Zack. Sieht einladend aus. Ja. Yay. Zwei, eins, Risiko. Schwupps. Sehr gut gespeichert. Jetzt kannst du mir Angst machen, wie du willst. Wir gehen mal trotzdem hier hinten angucken. Ist hier irgendwas? Auch wieder eine Tür? Ähm. Vermutlich geht das in den gleichen Raum. Ne. Tut es nicht. Was gibt es also hier? Nicht. Nicht gibt es hier. Nicht mal Strom gibt es. Nur ein bisschen. Ist das vielleicht so ein Rundumgang? Äh. Wir sind eigentlich verkehrt. Aber warte mal. Vielleicht kommen wir jetzt hier wieder durch. Ich höre irgendwelche Stimmen. Ich glaube, wir sind wieder... ...uns nicht so freundlich gesinnte Leute am Werk. Hallo? Warum haben wir immer die Leute auf dem Bild? Ich grübel gerade. Wo sabbelt der Typ? Und wo ist das Alien? Was ist mit dem los? Hey Kumpel, was geht? Äh, ja. Ich schnapp mir mal deine Ausweiskarte, weil ich hab hier so ein Spiel am Laufen. Das sammelt die. Ähm. Was ist das denn hier? Nett hier. Wie? Äh. Daneben. Einmal. Daneben. Sie sind aber neu hier, oder? Ja, ich bin neu hier. Und ich versuche mich hier gerade zu konzentrieren. What? Notfall? Ach, das war es schon. Oh ja. Okay. Na, wenn das alles ist. Na, wenn das alles ist. Toll. Mitnehmen kann ich sowieso nichts. Achso, jetzt wollte ich ja mal gucken. Hier, Mollo Cocktail. Komm. Molle können wir da... Wie? Ja, ja. Ja, ja. Es ist ein Traum hier. Fast so schön wie auf Hawaii. Vor allem mit dem Alien in den Background. Es ist, ähm... Ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen. Toll. Was? Schrott hat er auch nicht mitgenommen. Kann ich vielleicht noch was basteln? Sie sind aber neu hier, oder? Na ja, das hast du schon mal gefragt. Du wiederholst dich langsam. So. Ähm. Ich geh da mal, ne? Bleib mal hier sitzen. Wenn's ein bisschen wackelt in der... In den Dachgeschoss... Warte mal, was ist die Karte? Ach, nee. Schrotthaufen kann man wirklich keinem trauen. Genau. Ja. See, was du lenkst. Wieder was zum Lesen. Clark ist tot. Wer ist Clark? Jameson Clark ist tot. Okay. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bastelt er mit Schrott an der Station... Äh. Vor der Station Sprengkörper zu einem... Seinem Schutz. Ich hab ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber als ich von... Vom Vorräte sammeln zurückkam, fand ich nur ein Explosionsschaden und Blut. Ich bin jetzt allein, also komm ich zu dir. Wo bist du? Elaine. Okay. Gut. Clark Kent ist also doch verletzbar. Das ist ein Traum. Und wir gucken mal... Was der da so mit sich trägt. Kann nicht glauben, dass die Arsche mich rausgeschmissen haben. Joa. Da lief da was, was... Der schnappt sich jetzt den da, ne? Go. Das ist meine Chance. Ich renne, ich renne, was das Zeug hält. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein. Okay. Traumhaft. Jetzt sind wir da. Hab ich... Ach, wir haben noch Plasmaschneider und all sowas. Das Vieh kommt nicht? Nein. Puh. Sehr gut. Dann müssen wir uns ja eigentlich bei diesem Typen da bedanken. Dafür, dass er sein Leben geopfert hat. Komm, 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 komm. Schneller, 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 dass Vieh kommt. So, zack. Hebel nutzen. Links nach unten. Und ab geht er. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Sack. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich schnapp mir schnell die Karte und verpiss mich nach unten. Klettern. Tschüss, Digga. Uff. Gut. Was haben wir denn eigentlich für... Stellen Sie den Strom wieder her. Okay, okay, okay. Na gut. Goldene Leitern gibt es hier. Wow. Ähm. Okay. Ob es nochmal Außeneinsätze gibt, also so von draußen und so, das fände ich echt nice. Würde ich mich echt freuen drüber. Oh Gott. Hier war Ernte-Dunkfest. Was ich immer krass finde, ist, dass das Alien eigentlich überall hinkommt. In null Komma, gar nix. Ist leicht unrealistisch. Aber erhöht den Schwierigkeitsgrad. Ich... Bin richtig... Oh. Ja, bin ich. Alter, Alter, es hat eine Riesen-Area hier. Halt, stopp. Strom hier herstellen. So, wir schleichen uns mal langsam hier voran. Wir haben schon lange nicht mehr speichern können. Ich hoffe, dass uns das nicht jetzt gleich zum Verhängnis wird und wir alles wieder von vorne machen müssen. Was ist das hier alles? Oh. Okay. Bisschen in den Leichenschränken rumwühlen. Da ist irgendwas grün. Grün ist gut, glaube ich. Und von da sind wir gekommen? Nee. Was ist denn das? Notfallschleuse. Okay. Ich frage mich, ob wir denn, wie bei allen Alien-Filmen, das Vieh zum Ende hin dann wieder durch die Notfallschleuse entsorgen. War bisher wirklich so. Also im ersten Teil war das so. Wo ist denn hier die Tür zu dem Raum in der Mitte? Fert aber kloppt hier. Stromiererchen. Tolle Wurst. Mensch, Klärchen, du siehst echt geil aus. Synthetik-Labor. Ich höre was, was du auch hörst. Und das fiept. Da. Yes. Sehr gut. Mensch, wir kommen ja richtig gut voran hier gerade. Freut mich sehr. So, einmal abspeichern. Ich will es nicht wissen. Nein, will ich nicht. So. Da ist wahrscheinlich hier, ja, ja, Emerging Power Reset. Ist ja klar. Halt, stopp, warte mal. Emergency. Emergency. Kennt ihr das denn ja mal? Das Boot. Emergency. Na, das kommt. Du gehst doch bestimmt an hier. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sebastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Replay. Na klar. Gefahrenstopp-Leg registriert. Alles klar. Ähm, ja. Ich frage mich, warum können die nicht hier diesen Gang verbinden? Wieso geht das nicht? Ich meine, architektonisch wären sie doch sicherlich in der... Na egal, warum rege ich mich überhaupt auf? Wir gehen halt wieder durch die ganze Area zurück und müssen wahrscheinlich dem Alien 500.000 Mal ausweichen. Aber das schaffen wir schon. Oh. Alternativ können wir auch einfach hier reingehen, weil die Tür jetzt offen ist. Vielleicht sollte ich mich echt weniger auf die... auf die Karte konzentrieren. Als mehr auf meinen... visuellen... Blick. Ähm, achso. Schnell, 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 schnell. Komm. Gelgen kommt. Dö... 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 End. Dö... Dö... Okay Entkommen Sie aus dem Labor Na, ich weiß doch, wo ich hin muss Was? Ich hätte jetzt gedacht, hier Notfallschleuse Ne, gut, der passt nicht Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig Und gehen Sie zu nächstgelegenen Ausgaben Gibt es irgendwo einen Alien zu sehen Falls ihr einen seht, schreit mal ganz laut Ich meine, ich höre es immer nur bummern und trallern und titatow, aber Wirklich sehen tut mir hier nichts Emergency, warum kann ich hier nicht raus Tür verschlossen Alter, Arschloch Wo, 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 wo Da Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geräusche mit da Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang Jo, mach dich Stopp Muss ich weiter Immer geradeaus, 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 geradeaus Gut, gut, gut Das Viech ist hoffentlich beschäftigt mit dem Geräusch in der Mitte Es tut mir leid, Ripley Was? Abrufvorgang wurde eingeleitet Bitte Abstand von den Türen halten Nein, nein, nein Geht das nicht an Ich werde zur Sau Ist doch nicht wahr Ich glaube Bereit für Schildkraftbeserven Ich sage jetzt nichts Fuck Wir versuchen es einfach mal hier durch Ich will wieder hier zurück Ich muss nämlich zur Ja, genau Dachte ich mir Ich muss zu dieser Notfallschleuse Flammenwerfer rüsten wir aus Falls das Vieh kommt Ich gehe nämlich mal davon aus Dass das Vieh Auch noch hier irgendwo ist Kann ich hier direkt durch Abkürzen Ne Macht keinen Sinn Flammenwerfer rüsten wir in der Luftschleuse Flammenwerfer rüsten wir in der Luftschleuse Und wacht Wir machen den Druck 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 Normal Was? Normalisieren sie den Druck In der Luftschleuse? Okay Ist, ähm Kann ich hier irgendwo raus? Eigentlich dürfte ich jetzt hier meine Bewegung sind Und so nutzen, wa? Warte mal Was fehlt ihm? Das Patroulierziel kann dann sein? Drecksvieh Drecksvieh Bette begehen Sie sich zur nächstgeschehenen Luftschleuse Fuck 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 Hau ab Hehehe Hehehe Wie geil Vor allem, weil ich noch Die Errungenschaft heißt direkt so Mann, nee, die Zeit über mir Musik Oh mein Gott. So viel zum Thema, ob wir noch irgendwann machen. Oh mein Gott. Ist das Alien jetzt weg? Ich meine, wir haben, wir sind ja, hey?